Hallo, hier ist Lufa You und dieses Video wird Filmen in das Welt sein, wenn sie verlost ein wunderschönes Beruf und ich hatte zwei Wäsche, okay, ich krieg all meine Sachen von hinter der Kamera und ich hab mir schon ein bisschen mal da so durchgeblättert und ich finde, es ist eigentlich schon cool, weil es sind verschiedene Stilrichtungen da drin, so, es wird auch vielleicht schon über Hip-Hop geschrieben, ich bin mir nicht mehr sicher, aber so Modern Band, Ballett natürlich und auch über die verschiedenen Jahre, was in den Jahren, was in den verschiedenen Jahren, zum Beispiel jetzt die 90er, die 70er, die 60er, irgendwie sowas, die 80er vergessen, was da so getanzt wurde früher und welche Arten da getanzt wurden und besonders von der anderen waren halt eben und ich zeig euch gerade mal eine Seite, die mich vor allem sehr interessiert, warte, ich suche sie kurz, hier, das finde ich auch super, das wird so über Funkmärchen und an Cheerleading auch so berichtet und auch über die verschiedenen Übergänge von den Jahren und so und das finde ich eigentlich schon interessant, sowas zu lesen und ich tanze jetzt selber schon seit 10 Jahren, seit ich drei bin und ich tanze Ballett und ich hab mit klassischem Ballett angefangen, mittlerweile war ich noch Modern und ich gucke Showtanz, ich mach Funkmärchen, nach Hip-Hop und halt eben Ballett und Modern und ja, mir macht es deswegen Spaß und ich hab ein bisschen was durch dieses Buch gelernt, man kann ja nie ausleeren, aber deswegen fand ich das eigentlich schon gut und wenn ihr dieses Buch haben wollt, dann müsst ihr einfach einer meiner Folge, ich weiß nicht, das schreibe ich dann unten in die Infoskots, ja sehr kaotig hier, aber ja Ich bin so schön, ich bin so schön, ich bin so schön. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.